Ich bin Rueli und bin bei allen Produkten inklusive. Ich bin hier im Kundenhaus Abdinauta Lernmoderator bei der Firma Nussbaum, mit den Schulungen anzubieten für die Grundbildung bis zur Weiterbildung. Wir sind hier im Raum, in dem wir OptiPress verarbeiten. OptiPress ist eigentlich unser Leader, das heisst OptiPress Aqua Plus oder OptiPress Term. Wir machen hier ganze Kellerverteilungen für die Hausinstallation plus Steigzonen. Wir wollen mit den Kunden wirklich versuchen, dass sie das erleben und nicht nur in der Theorie das Ganze geschult bekommen, sondern live eins zu eins erleben, in die Finger nehmen. Der Sanitär ist nämlich einer, der alles anlängt und in die Finger nehmen. Und wenn man das selber gespürt hat und verarbeitet hat, kann man sich nachher auch eine Meinung bilden.